in eisenschmiede ist ja draußen der da hinten wo das gestütter ist der reitlehrer ja da müsst ihr zum steinbruch golbola gut abfliegen wir mal kurz darüber naja hier greifen weiter hallo jobi meister ich hab dir gerade gesagt wo du hin musst steinbruch ist noch besser logisch nein das ist ein weiter vorne okay ich habe seit kataklisten keine ahnung geschweige denn irgendeinem gebiet wohnen wollte jetzt steinbruch golbola ja aber ich denke wir werden jetzt reiten werden alle mann und dann werden wir cut machen weil kitzel hat keinen platz mehr auf der platte ja es wird schon das wird schon kritisch doch mal eine ordentliche ja ich muss ich muss mir meine festplatte holen wo ich den ganzen alten kram aufziehen kann weil ich lösche ja keine videos er macht aber auch keine im moment sowieso keine mehr stimmt nicht viele gar nicht gar nicht kriegt abonnenten und abonnenten aber macht nix ja das ist das skill das ist wirklich skill das ist einfach nur skill das ist weil ich so charmant bin ja weil du so charmant in meinem stream und videos hocks ja du bist sogar in meinen kanal trailer verewigt minecraft wo wir die brücke die 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 dings gebaut haben apropos minecraft das müssen wir ja ja wollten wir ja auch gucken dass wir dieses wochenende mal zeit finden aber das sprechen wir außerhalb des streams drüber okkili dokkili so äh ich höre mit dem steinbruch dala ja auf der anderen seite ist der achter gehülft bernroh war das auf jeden fall immer jetzt wird auch noch ein recount gepostet hier ja fünfter platz den kenne ich doch das ist für alle daten ich reite auf dem schildkröte dahin es ist wurscht ich bin immer auf dem fünscht weil letzter kampf war zu warrock die beiden jäger sind oben ja ich muss gerade sagen weil da fuhr ich die ganze zeit nur am kirchnern war bin ich trotzdem mal auf dem dritten platz bei mir bist du auf dem zweiten ob meiner schildkröte das hier gefällt ja das ist reitlehrer was hat der denn für eine der soll sich dann mal eine nas beschaffen denn er ist weil hier sind die tiere weiß doch wieder hier ist über der reitlehrer draußen grüße oder kosten der spaß noch mal was hat er jetzt gekostet die wie hat es paar silberne spiel fliegen können sehr nice ah ja da steht ihr alle da gehe ich auch mal hin so jetzt kann ich mir erstmal ein schätzchen aus meiner leiste jetzt kann ich meine zufälligen lieblingstiere wieder hier reinlegen das stimmt ich fühle mich gleich besser zufälligen lieblingstiere überhaupt mal erst mal einstellen ja die habe ich noch eingestellt hier kommt dann als nächstes bei gold 60 kostet spaß das ist ja auch nicht benutzbar ja das wollte ich das pferd des kopflosen reiters aufsatteln wunderbar dann nehme ich den profiskodo ich nehme den kriegsbär den habe ich auch nur ein trike da eben das habe ich auch so aber jetzt kannst du auch deine reittiere rausholen boah 60% reiten alter das ist ja wie laufen ne schneller willkommen in den ww arc in arc gab es jetzt auch die kostüme knochenkostüme für deine dinos warte 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 ich habe auch ein skumpion guck mal der kann auch winken dafür habe ich alle von diesen ja das schweinchen da was haben wir denn sonst noch so schweinchen dann der weiße das ist der weiße raptor den du auf der insel der riesen erfarmst ohne den habe ich dann nicht was eine farmer und mein lieblingstiger ja ich habe die flugtiere glaube ich gar nicht drinnen naja eigentlich war der jemann lieblingstiger genau wieder auf die alte variante geholt ich muss nur meine ganzen mounts wiederholen wie du musst dir deine mounts wieder alle holen ich habe doch den ding gewechselt mal den account und dann waren doch alle weg 10. geburtstag bald ist übrigens nächste woche ist glaube ich Prozent der Elfte mal gucken was die sich einfallen lassen mal gerade jawoll kurzer am 16 ja so mal gucken ne wir können nicht wiegen ne hier können wir nicht wiegen das wird nix äh Favoriten setzen ähm ich werde hier die aufnahme mal beenden weil sonst läuft mir die Platte nochmal voll also ich sage meinen Zuschauern schon mal tschüss vielen Dank dass ihr zugesehen habt und ähm würde ich sagen machen wir alle aus oder ach so äh Frosty jetzt ne wir wollen noch in die Stadt gehen nächstes Mal starten wir in die Stadt dann ja da können wir ja rüber aber ich mach hier jetzt cut cut ja und go ja genau das größte was ich habe hole ich raus kids über Platz was was Aua Hilfe bis zum nächsten Mal das ist ein Raubmob in 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 wo war das in Nagrand im neuen ach da sind wir aus zufällig reingeraten ne Evie und der trockte einfach ein Reiter oder was ja keine Ahnung ich habe den aber glaube ich nicht oder ich habe den nicht gehabt du warst glaube ich mit dabei wo wir Lederfarben waren ne ach man jetzt mal los da ist Ironforge genau ja können ja mal eben reiten ich ich lauf gerade so super aufs Zora rum so dann werde ich aber hier auch erstmal schon mal bei mir stoppen der Livestream selber läuft noch ein bisschen weiter danach kommt noch Arc ein bisschen genau das war bisher so geplant und dann würde ich sagen sehen wir uns später oder morgen je nachdem wann bei mir ein Video wieder hochkommt dazu müsste jetzt eins laufen ach so die Frosty und Ruffy reden gerade über N.A.S. äh wegen deinem Speicherproblem N.A.S. N.A.S. nass 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 das wären die Frauen bei mir immer der war schlecht aber die Wahrheit guck mal der hat auch ein dicker auf dicke Hose gemacht ey warum habe ich das denn nicht eingesammelt so jetzt meine Friedensblume M.A.S. die anderen zwei vorher waren M.A.S. 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 lassen, weil das auch einfach viel schneller in Draenor geht. Haben wir das nicht auch schon mal gesagt? Ja, haben wir. Und jetzt werde ich mich auch jetzt mache ich das auch so. Auf jeden Fall. Wenn ich so nebenbei irgendwas sammeln kann für meinen Kirschner, das kriege ich ja sowieso. Eben. Also ich biege jetzt nicht für ein Blümchen jetzt 5 Kilometer ab oder so, aber wenn es eh gerade am Rand liegt, dann nimm was mit. Das habe ich letztes Mal gemacht, das war auch am Ende auch nervig. Ja, wir sind in der Stadt. Wir sind in der Stadt. Hallo. Wollten wir nicht eine kleine Gilde mit unseren Zwingst gründen? Ja, wo war denn hier der Gildenhändler noch? In der Mitte, oder? Kein Plan. Warte mal. Ja, machst du das dann auf? Tobi? Kannst du ja auf... Ja, Joby kann das ja... Du kannst das ja eben aufmachen und... Ich glaube, das ist sogar hier irgendwo. Inventar voll. Ja, hinten. Da gerade auf der... Ach Gott. Ja, dann... Du kannst nicht fliegen. Joby wollte gerade über die Mitte fliegen. Nein, wollte ich nicht. Ich dachte nur, da wäre noch eine Brücke. Komm, hör auf. So, Joby macht gerade eben... Dann bleiben eben ganz kurz noch alle da. Das schreiben wir eben auf die Gildensatzung. Gildenmeister. Wie gründe ich eine Gilde? Ich möchte einen Gildenwappen. Nein, wie gründe ich eine Gilde? Genau. Gildensatzung erwerben. Oh, kostet nur noch 10 Silber. So, wie nennen wir sie denn? Chaoten? Ja. Twingt Chaoten oder irgend sowas. Chaoten Twinken, so steht es auch im Titel, glaube ich, immer drin. So habe ich... So hieß letzte Woche, glaube ich, der Stream. Oder diese Woche, glaube ich, auch. Twing-Coten. Also, C-H-A-O-T-E-N und Twinken. Ja. Behälter. So. Gleicht so falsch aus. So. Dann können wir wenigstens unser Material auch auf die Bank schmeißen und können mit den Großen, können wir nämlich dann Sachen auf die Bank werfen, Kinsey. Die können wir dann drüber schicken und können die dann mit den Kleinen auf die Bank legen. Jetzt muss ich nur gerade wissen, wie das nochmal genau funktioniert. Unterschriften. Krass. Genau, du musst uns anklicken. Und dann irgendwie Anfrage oder so drücken. Lass uns mal alle hier zusammen hinstellen. Genau. Jubiläum. Unterschreiben. Habe ich. Hä? Ich habe unterschrieben. Was ist das denn? Das ist die Gildensatzung. Ja, warte, 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 warte. Jetzt muss er das nicht erstmal... Nein. Erstmal durchlesen, erstmal durchlesen. Nee, das ist alles. Die Waschmaschine steht ganz unten mit bei, keine Angst. Was ist denn... Das ist ein Schreiberteil. Aber wie fehlt noch einer? Ja, ich bin ja auch neben Tana. Nee, neben Zowa mittlerweile. Achso. Kräutertasche, Glutseidentasche. Ich bin neben Tana, so im Dreieck steht hier. Ganz normale... Aber du bist in einer Gilde, Eevee. Achso, stimmt. Ich bin ja in einer Gilde. Deswegen kann ich dich einladen. Deswegen kannst du... Ah, da muss ich gucken, dass ich irgendwie einen anderen Twink in meine Gilde reinpacke, weil sonst ist nämlich meine Bankgilde kaputt. Ähm, hast du noch einen Level 1er, obwohl Twink, den du mal kurz zum Unterschreiben nehmen kannst? Ja, bestimmt. Kann ich mir selber machen. Kann ich mir selber machen? Okay, jetzt... Ja, jetzt drauf geachtet. Chaoten Twinken. Zu Varrock. So, ich packe Eevee mal mit Blondie raus. Ja. Ich komme jetzt mit, ähm... Undin, oder? Mit? Ach nee, Moment, das war ein anderer. Ich bin grad in der Zeile. Was? Gerd. Ja, ich logge auch meine Magierin um. Ich hab noch Level 100. Ich hab keinen Einser. Ich müsste es erst einen erstellen. Ja, oder nimmst einfach nur einen Gildenlosen. Hä? Einfach nur einen Gildenlosen. Du musst doch nur... Nein, du musst nur in die Gruppe inviten. Ich muss sie nur anklicken können. Also dann, klick... Das musst du reichen. Dann invite mich mal in die Gruppe und dann... Wollte zumindest sein. Schwere Geburt. Ja, schwere Geburt. Und dann gib mir das Ding zum Unterschreiben. Genau. Nee, ist doch zu weit unten. Bernd. Was geht denn? Hm? Danach ist es noch. Ja? Ja, jei. Inwie lang? Ich geht das richtig nicht. Schmuggler-Posten. Ja, ich bin jetzt gleich in Dala und dann in NSW und dann komme ich rüber nach... Äh, nach... Ich war auf der Suche nach Süßigkeiten. Aber ich hab's dann natürlich mal wieder verpeilt. Und war dann zu langsam. Ja, wie wir alle. Ja, ne? So, aber ich würde vielleicht mal sagen, wir machen mit dem Stream dann hier schon mal kurz Cut. Wenn ihr beiden noch Lust habt, wir wollen gleich ARC spielen, dann könnt ihr da weiter zugucken. Ähm, ich wollte jetzt auf meinen, äh, äh, mage noch locken, schnell. Kannst du ja machen. Du gehst ja auf dein Mage und wir werden, äh, auf unsere... Wir haben einen Hack. Aber bevor ich das mache... Aber ich mach den Stream vorher aus. Also sagt mal alle Tschüss und bis gleich. Tschüss, tschüss. Und bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, ich muss...